Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei GeorgCV. Ich melde mich kurz von zu Hause, Freunde, weil ich ehrlich gesagt kurz mal etwas loswerden möchte. Ich habe ein Video auf TikTok gefunden, speziell wegen der ganzen Thematik von Bebo und Julienko. Und ich möchte da kurz etwas sagen, Freunde. Mir ist etwas Bestimmtes aufgefallen, was für mich nicht erklärbar ist. Julienko hat heute auf Instagram preisgegeben, dass er mit den Kindern einen Ausflug machen wollte. Er wollte seinen Spaß haben mit den Kindern. Aber leider ist dieser Ausflug gecancelt worden, weil es den Kindern nicht gut ging. Er wird den Ausflug wahrscheinlich ein anderes Mal machen. Aber genau in derselben Zeit ist Bibi in Italien und verbringt ihren Urlaub und genießt ihre Zeit, wie sie halt will. Und wie wir vielleicht im Statement von Bibi gesehen haben, hat sie gesagt, dass die Kinder Nummer 1 sind. Aber Bibi, wenn die Kinder Nummer 1 sind, was machst du in Italien und genießt deinen Urlaub, obwohl es den Kindern nicht gut geht? Julienko musste den Ausflug canceln, weil es den Kindern nicht gut ging. Und trotz allem hast du nebenbei in den Storys weiterhin gechillt und dein Leben genossen. Für mich hört sich das Ganze nicht nach Bibi an. Seid mir nicht böse, Freunde, aber Bibi ist nicht so. Hier ist der Clip nochmal, Freunde, was Julienko gesagt hat und was Bibi gemacht hat. Das war es von mir. Schreibt mir unbedingt in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal und Peace out. Ich wollte eigentlich einen Ausflug machen mit den Kids, aber den Leo hat es irgendwie voll erwischt. Der hat irgendwie voll Fieber und Bauchschmerzen. Jetzt war ich gerade mit ihm in der Apotheke.